Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Blog. Heute war ich unterwegs gewesen, ja, in der Nähe von Soltau. Und zwar ging es um einen Unfallopfer, das vor vielen Jahren schon einen schweren Autounfall erlitten hat als Beifahrer und seitdem Ängste hat, Auto zu fahren. Ich glaube, ich hatte schon mal über dieses Unfallopfer berichtet. Ja, worum geht's? Da ist jahrelang nichts gemacht worden, beziehungsweise viele Gutachten, therapeutisch erwähne ich. Und ja, die richtigen Teilhabefragen sind im Prinzip nicht gestellt worden. Lange Rede, kurzer Sinn. Was muss man tun, wenn es nicht weitergeht therapeutisch? Nochmal klären halt, was geht. Also Ergotherapie haben wir versucht. Da ging nichts. Dann haben wir mit einer Klinik gesprochen. Die wollten nicht. Und dann war die Frage, okay, wie geben wir lebenspraktisch die Sache an? Also sprich, was sind Teilhabeprobleme? Und Teilhabeprobleme sind Autofahrten, Mobilität. Das Unfallopfer lebt sehr ländlich. Und es ging also dann um die Frage, wie kriegen wir es hin, dass Ängste nicht mehr bestehen, dass eine Belastungsfähigkeit besteht und ja, dass letztendlich ein sicheres Fahren wieder möglich wird. Und das haben wir heute besprochen mit einem sehr, sehr netten Fahrlehrer. Im Prinzip die erste Person, die zugehört hat, worum es geht, welche Probleme zu bewältigen sind und letztendlich auch einen Plan mitgeschmiedet hat, wie die Probleme gelöst werden können. Im Vorwege hatte sich das Unfallopfer schon mal mit, in Anführungsstrichen, Angstfahrschulen, da hatte ich auch mal eine Sendung im Auf geht's, der Reha-Podcast gemacht, auseinandergesetzt. Und ja, ich will mal sagen, da gibt es ja ganz schön bunte Vögel. Unter anderem ein Vogel, sag ich mal, der so halb esoterische Sachen da anbietet und eine 97-prozentige Erfolgsquote hat und Videos auf der Herumpage hat, wo man echt sagen muss, mehr als gestellt. Wir sind jetzt guter Dinge, dass das Thema angegangen werden kann. Es wird ein langer Weg werden, das haben wir heute auch besprochen. Und der Wunsch des Unfallopfers ist es, das war ganz toll. Es wäre schön, wenn ich wie früher wieder einfach spontan in den Harz fahren kann, um da meinem Hobby nachzugehen. Und das ist doch ein tolles Ziel und ja, guter Dinge bin ich. Also total teilhabeorientiert und fokussiert. Das Ganze, wir hatten das Ganze natürlich vorbereitet. Der Unfallopfer hat heute seine Fragen mitgebracht, seine Anmerkungen mitgebracht. Und das fand ich toll von dem Fahrlehrer. Er hat das Ganze dann gleich mit aufgenommen und hat gleich gesagt, okay, geben Sie mir einen Zettel. Schauen wir das alles an und wir besprechen das hier im Team und es geht demnächst los. Also eine tolle Sache. Zeigt mal, welche Angebote möglich sind, ob es sich nicht letztendlich so umsetzen lässt. Das ist dann die zweite Frage. Und ja, wenn ich daran denke, werde ich hier im Auf geht's der Reha-Blog den Geschichten eines Reha-Managers auch darüber berichten, wie es weitergeht mit dem Unfallopfer. Also, das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und jetzt muss ich erstmal meinen Hund suchen, der sich irgendwo hier versteckt hat. Bis dann. Also bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.